Willkommen bei WölberTV, hier ist wieder eure Tierbjörg Stella Stott hier. Ich hatte euch ja versprochen, ein Video aus Blankenfeldern aus dem Wald zu machen, wo wir die Grundzüge eines germanischen Plots besprechen werden. Ich werde aufgrund der Waldbrandbestimmung darauf verzichten, das Ritual komplett zu machen. Ich werde vieles euch erzählen, vieles werdet ihr nachher zu sehen bekommen. Ich möchte nur nicht den halben Wald abfackeln, nur um ein Video zu produzieren, das wäre, glaube ich, an der falschen Stelle investiert. Beginnen wir damit, dass ich euch erkläre, was bei dem Plot passiert. Wir werden die Grundstruktur machen, die bedeutet, wir weihen den Ort, an dem es stattfindet. Wir rufen Tor als Beschützer. Wir rufen die vier Himmelsrichtungen an. Danach würde der eigentliche Zweck des Rituals kommen, den wir jetzt auslassen. Danach würde ein Summel kommen, für das ich ein extra Video machen werde. Dementsprechend kommt auch das zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann folgt die Verabschiedung der vier Elemente, beziehungsweise der vier Himmelsrichtungen. Tor wird entlassen und wir bedanken uns beim Ort und für die Energie und den Geistern des Ortes, damit wir hier sein durften. Dementsprechend beginnen wir gleich mit dem Ritual. Also, bleibt gespannt!